Der Spiritlername Bhagavati. Bhagavati heißt die Göttliche, heißt die Ehrwürdige, heißt die Erhabene. Bhagavati ist die Bezeichnung von Lakshmidurga Sarasvati Kali. Bhagavati ist die Devi an sich und daher auch ein Beiname für Aspirantinnen mit abstraktem Mantra oder auch mit einem weiblichen Mantra, mit Shakti Mantra und so weiter. Bhagavati, auch die Verehrungswürdige. Du findest vieles über Bhagavati auf unseren Internetseiten und ich habe auch einen längeren Videovortrag über Bhagavati gegeben, den es als Video und als Niederschrift gibt auf wiki.yoga-vidya.de-bhagavati.